Guuuut, dann... Hm? Gut, dann lau ich erstmal hier hin. Der Feind bringt Verstärkung! Oh! Sieh mir eine an. Und jetzt schau ich mal, ob was geht. Weil der Hügel bringt mir einen schönen Vorteil ein. Den ich einfach auch natürlich nutzen werde. Jetzt komm schon. Okay. Schwere Infanterie! Ich bin in den Boden! Hab ich den Armbuschen getan? Und was haben wir, unsere lieben Mailandische Freunde? Oh, ja... Wie nur Armbuschen sind... Geht, geht, geht. Schwere Infanterie, wie man sieht. Sind da Sperrträger? Sperrträger... 다양haft aufgerollt werden. Aufgerollt werden sie. Ich werde sich wieder darauf legen. Eure Hügel trubieren! Das würde ich dort machen. Wenn ich den Armbuschen rausgekommen kann... Na komm schon! Danke! So, ich hoffe, formationsmäßig klappt das Ganze. Das kann man auch ein bisschen optimieren. Komm schon. Komm schon. Äh, 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 oh, vielleicht fehlt dir was. Naja, sie haben nicht viel Speerträger. Jetzt kommt er, jetzt kommt er. Ich bin mehr so ruhig vorbereitet. Hmm. Oh. Gut, das ist, das ist, das ist, das ist. Ich bin mehr da. So. Jetzt kriegen die jetzt mal einen Pfeilhagel. Wisst ihr, war's? Ist nur mein Eindruck. Okay. Wir werden ja versuchen, auf den Mühl aufzugehen, wenn sie sich ja um einiges abmühlen. Genau. Beziehungsweise hügel ist es ja ein ganzer Berg. Nein! So ein richtiger Berg ist jetzt auch nicht im Vergleich zu den alten. Es kann nämlich die Erkaufler nicht so wie es ausschaut. Mhm. Und jetzt schießen die mit ihren, äh, genau. Viel Spaß beim Angriff. Unsere Männer gewinnen die Schlacht. So, die konzentrieren sich, glaube ich, auf was, was ich selber eigentlich gar nicht will. Dann komme ich denen lieber zuvor. Die sind schon schmankend, bevor sie überhaupt nicht hier ankommen. Das ist so schön. Aber das ist eben der Hügelvorteil eben. Und da fliehen sie schon mal. Macht ihr gut, meine Damen. Uns lasst aber lieber es feuern. Und ihr könnt wieder zurück zu euren Kollegen. Äh, ich hab gesagt, ihr solltet auch stoppen. Kämpfen noch? Oh, verdammt. Jetzt seh ich's gerade. Da hab ich die Schwerträger übersehen. Die kann ich auch mit Cavalry besiegen. Aber dazu, ähm, brauche ich Ansturm. So, 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 so. Mann, war das Ganze umgekehrt, 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 umgekehrt. Und ihr dürft wieder mal ordentlich, äh, Nein, Sturm los treten. Nicht ideal, nicht ideal, nicht ideal. Äh, hier sind so viele. Hey, jetzt kommt ihr wieder. Ich würde's eigentlich nicht versuchen. Tja, irgendwie klappt das Ganze nicht, gell? No, fliehte schon. Stehe überhaupt nicht so. Tja, ha, ha, ha. Wobei die nicht ideal stehen, muss ich sagen. Das klient ja, das sind Wirksamkeit. Kümmert euch um die. Der feindliche General flüchtet, dieser Feigling. Vorwärts und zermalmt den Feind. Attacke! Unsere Männer gewinnen die Schlacht. Okay, das ist gefährlich für meine Cavalry. Ihr müsst das Feuer kurz mal unterbrechen. Ein feindlicher General wurde von den Truppen unseres Reiches. Seht, wie unser Feigerfeind rennt. Zeigt, den Angriff voranzutreiben. Wie wäre es denn, wenn ihr es Feuer unterbrecht? Oh Mensch. Okay, da kommen auch schon die Nächsten. Fangt die schnell ein. Ich möchte das... Naja, kaum jemand das überlebt. Hm. Hm? Kommt schon. Die sind gleich da. Was ist denn da los? Das ist auf der Müll even nichts. Das ist so gemein. Ja, das ist... Es ist eben so, wenn du auf einem... So einen steilen Abhang bist. Und... Tja... Die KI... Auch wenn es ein menschlicher Spieler wäre, hätte ihr echte, erschwerte Chancen, überhaupt an mir ranzukommen. Weil er erst zerschossen wird. Dann müssen seine Truppen bergauf kämpfen, was erstmal sich Kraft kostet und letztendlich auch Moral. Ähm... Und meine Truppen können von... Ja, bergrunter kämpfen. Die haben einen riesigen Vorteil, einfach so. Familie Duka. Oh, die haben es auf meine Kabarett da hinten abgesehen, oder? Wahrscheinlich schon so. Ich weiß ja nichts. Wir konnten nur so die Musik durchspielen. Ziemlich... Sehr viel lauter vorerst der Sound. Oh ne. Das ist schlecht. Die Schlacht läuft gut für das Reich. Bleib stark! Und der Feind wird besiegt werden. Na, das schaffe ich schon. Okay, okay. Oh, das ist doch nicht. So, meine Reichspiter werde vielleicht die Leiter verlieren, weil gegen diese Schwerheit kamen und ich habe sie keine Chance. Ist das eine Fankämpfer, oder wie? Ach, die konzentrieren sich mal darauf. Aha, jetzt schicken die Sörtner-Sperreträger. Geht mal weg da. Ja, das war das schlechteste Beispiel, wie man einen Ansturm macht. So, aber ganz häufig habe ich hier jetzt nicht die Übersicht verloren. Abgesessene Lanzereiterhausen nähern sich. Mal schauen, wie das jetzt ausgehen wird. Der feindliche General flieht. Er hat keine Hilfe und die Schlacht läuft gut für das Reich. Für ihn. Ganz stark! Und der Feind wird besiegt werden. Ähm. Da waren noch irgendwie Schwerträger. Wie wir jetzt nicht mehr existent sind, oder wie? Wahrscheinlich nicht mehr. Oh, ja, ich bin hier nicht mehr. Fritschern. Ja. Ja. Oh, Mist. Der Feind hat die Hälfte seiner Armee verloren. Gut. Dann könnt ihr euch wieder zurück bewegen. Ah, das sind Zirrten-Sperrträger. Komm, gehen wir mal nach oben. Seid's bequemend. Los. Jetzt wären ja nur noch ein bisschen Stände angenehm. Ach, Mensch, Leute. Seid, wie unser fahrer Held des Reiches kann einen solch vernichtenden Sieg aus- Naja, ich hatte einen großen Vorteil, also es war jetzt, ich stelle das zu, dass eben einer von vielen Schlachten, also eines von vielen möglichen Beispielen, schön sehen konnte, was so ein Abhang an Vorteile bringt. Denk ich mal. Das ist ganz gut. Die Falle ist gestellt, Kaiser. Alles bereit. Das ist eine sehr gute Schlacht. Ich will nicht sterben. Bitte! Oh oh. Oh man, ich krieg keine Ruhe vor euch. Versuchen wir es mal. Das ist unser Vaterland. Auf in den Kampf! Wir schauen uns jetzt was. Die Schlacht entgleitet uns! Unternehmt was! Sie hat noch nicht mal begonnen. Ah, schönes Wetter. Schau mal. Schönes, perfektes Wetter. Ähm. Ich nehme hier. Hey! Kaverlin! Oh man, hinter Kaverlin mir nichts. Wow! Tja. Sehr viel mehr Majester auch nicht. Dinua Ambushes Miliz. Autsch. Italienische Sperrmiliz. Ich werde meinen General auch zum Einsatz bringen müssen. Weiter! Anruhe schützen! 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 Okay, ähm, das heißt einfach nur abwarten. Währenddessen kommen sie mit den italienischen Milizen, naja, die können nicht nur abwarten. Was sie mit mir sagen, macht das ihre Kammer, ne? Ich denke, es ist im Bereich nicht möglich, die Stadt zu grillen, aber vielleicht ist sie nicht. Geht er weg, geht er weg, geht er weg. Ich weiß, das habe ich viel zu spät so gezielt. Hallo, hallo. Mann, hier. Kommt. Ich hasse es immer. Oh, so schlecht. Oh, das ist ein Vordarretter. Super. So, die gleiche haben wir. So an. Das wäre noch ein bisschen schneller angenehm. Wir werden besiegt. Wir müssen die Taktik ändern. Das ist natürlich ein... Ziemlich chancenloser Kampf. Das wäre natürlich um 180 Grad. Verdammt, ich habe den Winkel falsch getroffen. Ja, so sollte man es doch nicht mehr an. Wir müssen die Taktik ändern. Wir müssen die Taktik ändern. Wir müssen die Taktik ändern. Das ist etwas eng. Ich habe nicht so das Gefühl, es wird das doch nichts. Ich müsste irgendwie ihre Moral brechen. Ich glaube, ich kann meine Covering nicht richtig zum Einsatz bringen. Das ist gerade das Problem. Wisconsin. Ich habe noch eine Taktik ändern. Wir müssen die Taktik ändern. Wir müssen sie are inバ NAAT. Wir müssen sie cacher werden. Wir müssen siehe zu sohren. Wir müssen sie gerne traverse. Wir müssen sieche Console. Wir müssen uns;; Wir müssen siehere see. Oh, oh, verdammt. Schlecht, das ist schlecht. Okay. Okay, Edmund Ritter, zeig, was du kannst. Zeig, was du kannst und nicht, was du nicht kannst. Mein Herr, nur noch die halbe Streit macht es schwierig. Verdammt. Nee, das kann ich nicht mehr halten. Flieh. Möchte ich nicht verlieren. Wenn ich die fliehen lasse, wären die bei der Flucht gekommen. Ja. 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 Das war ein Versuch wert. Ja. 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 Jetzt gehört mir Florence. Das ist gut. Ja. Ja. Wann. Ja. Masalama. Masalama. Vielleicht... Ah, keine Ahnung. Wow! Verdammt! Geh nur! Blöder Papst. Ja... Man tut, was man kann. Das ist sowieso gleich ein großes Problem. So, was kann ich denn hübsches in Florence ausbinden? Wow! Schön! Abgesessene, gute Schritte. Die sind sehr gut. In der besten Einheiten. Den kann ich was anfangen. So... Suche wieder... Venedig. Go to Florence. Um... ... ... ... ... ...